Das WD40 Multifunktionsprodukt ist hervorragend geeignet, um freiliegende Metallteile am Fahrrad zu schützen. Sprühen Sie das Mittel direkt auf die gewünschten Teile. Vermeiden Sie Kontakt mit Reifen, Bremsoberflächen, Sattel und Griffen. Das Produkt hinterlässt einen Schutzfilm, der verhindert, dass Metallteile rosten und bietet eine lang anhaltende Schmierung, die die Leistung der beweglichen Teile verbessert. Wischen Sie das Rad dann mit einem sauberen Tuch oder Lappen ab. Untertitelung des ZDF für funk, 2017